ja liebe leute herzlich willkommen zurück zur let's play police officer simulator schön dass ihr wieder dabei seid und wir machen heute weiter mit unserer nächsten schicht hat man ihn heute hätten den finanzsektor wir hätten hier fast sie können ja relativ bei kellerheim freischalten da würde ich sagen auch mit der finanzsektor eine fahrzeugstreife 15 minuten am morgen die wochen vier schichten um theoretisch den nächsten glaube dann aber gucken wir einfach mal dann einfach ja wie gesagt tatsächlich fallen immer wieder irgendwelche folgen aus das ist halt einfach aus zeitlichen gründen und arbeit zwischen gründen so ich mache das ganze ding hier immer noch hobbymäßig und wenn da mal irgendwas ausfällt dann bitte ich das entschuldigen ist ist halt einfach so dass halt dinge wie job natürlich auch privat nehmen vorgehen und das sind meistens die gründe es gab in letzter zeit können sie da bitte besonders darauf achten wo bin ich hier hallo aber warum hallo ich kann so mit ansetzen aber bin ich nicht warum ich hier spiel zurücksetzen ja doch jetzt gut warum auch immer ich wo jetzt gerade irgendwo gelandet war versteht es gerade nicht aber wir werden tatsächlich zum ersten mal unser neues fahrzeug mitnehmen ja dann ist wie mal mit so erst einmal wie sollen wir mal rasern dazu müssen wir erstmal gucken dass wir hier auch hast du glück gehabt ist das schon der schwere unfall das ist der andere dahinter ich befürchte es sind nämlich zwei unfälle passiert ich kann jetzt hier nicht einfach durchrasen eigentlich war es jetzt anders geplant aber das ist nicht der unfall ist ein stück weiter hinten ich möchte ihren führerschein und ihre kfz versichern ihr offiziell bitteschön so was haben wir denn hier das ist jetzt 823 das wäre noch in ordnung die versicherung ist auch noch okay oh das ist irgendwie getrunken ich nehme nur schnell eine probe um zu sehen ob sie getrunken sind ja der ist besoffen gefahren ich werde eine probe nehmen hey, das ist jetzt ein bisschen hey, hören Sie mich? ja, mir ist aber schwindelig Sie sollten mich zur weiteren untersuchung lieber begleiten können Sie selbst zum krankenwagen gehen? klar, ich werde es versuchen so, ganz schön gefluten Betäubungsmittel äh, Alkohol Sie sind festgenommen, da Sie betrunken gefahren sind bitte kooperieren Sie bitte tun Sie das nicht so, jetzt nehme ich mal plötzlich die Kamera raus ähm, wo die Kamera würde ich jetzt erstmal Linie ausreichen, sagt er gerade Oh, der gehört bitte zu, ne? Sofern das jetzt gerade irgendwie aussieht, ist der ist das Taxi ihm rauf, hat die Leute mitgemäht so, wir gucken mal ansprechen was genau haben Sie gesehen? diese Person ist in Schlangenlinien gefahren ja, das haben wir ja mitbekommen bitte Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein bitteschön, Officer ja, der Unfall ist jetzt gleich da hinten durch okay, hier ist die Unfallbruch danke, Officer so, erstmal Verstoß bestrafen Fahrer, ähm, fahren runter ja, 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 ich hab was anderes hier gerade zu tun ich muss Sie durchsuchen, um festzustellen, ob Sie etwas Elegales weiß ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen wiederhole, Verstärkung benötigt so, hallo okay, was ist passiert? hören Sie mich? ich habe hier einen Wagen, der haben geschleppt wird schick bitte an den Abschleppwagen okay, Sie müssen zum Krankenwagen mein Abschleppig wird in ein paar Minuten eingreifen so, kann ich den jetzt hier laufen lassen? alles klar, Sie dürfen jetzt gehen fahren Sie vorsichtig ich kann Ihnen jetzt auch lieber sagen, ich schlöp' da eine Karre ab weil der muss jetzt mal sofort weg so, ich hoffe, dass die jetzt jetzt im mitnimmte Typen so, ich hoffe, dass die jetzt hier mitnimmte Typen So, wir wollen jetzt den Lieferwagen hier noch überprüfen. Schade, dass ich den Unfall nicht noch machen konnte. Der raucht nämlich ziemlich stark. Komm, halt doch an jetzt endlich mal. Was ist die Faxen jetzt gerade? Ist das wieder ein Unfall, Leute? Ja. So, dann haben wir schon mal wieder einen Unfall. Eigentlich wollte ich das Auto da kontrollieren, aber das ist nicht stimmt. Was haben Sie gesehen? Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. So. Wollen wir mal versuchen. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer. Bitteschön. Okay. Das passt noch. Oh, der hat... Mal gucken. Machen wir mal einen Drogentest. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Nö. Aber kann auch... War der mal betrunken vielleicht? Okay. Wir schauen nur nach, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Nö. Weder noch. Wahrscheinlich einfach nur müde. Ja, also warten wir einfach. Also mehrere nämlich. Wir werden noch die kurzfiebe fragen. Was haben Sie gesehen? Ich hatte das Auto voll unter Kontrolle. Das ist nicht mein Problem. Auto hatte Kontrolle. Ausweis und Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. Oh, Ausweisablauf abgelaufen. Versicherung aber nicht. Gut, dann können wir euch mal erst mal Verschuss bestrafen wegen... Ausweis. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Jetzt nicht mein Problem. So. Machen wir mal einen Test auf... Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Oh, die ist besoffen gefahren. Das erklärt, warum die auch so schwangen. Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. So, das jedenfalls mal nicht. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte kooperieren Sie. Bitte tun Sie das nicht. Tja, das ist nicht mein Problem jetzt. So, ähm... Gut, das muss man jetzt mal sein. Warte mal, ich kann ja auch noch die Suche stellen, ne? Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. So. Taschenmesser. So, machen wir jetzt mal kurz die hier noch bestellen. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Das Fahrzeug hat die durchgezogene Linie überfahren. Das ist gefährlich. Der weiß oder was? Führerschein und Versicherungsgarte bitte. Ja, natürlich, Officer. Okay. Gut, das geht noch. Machen wir erst mal kurz einen... ...Fotocheck. Also kurz erst mal die Autos eben kurz... ...kurz fotografieren, dass da hier nicht irgendwas ist. Bericht ist angeblich ausführlich. Ich mache es bewusst erst mal hier. So. 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 Deinem Auto ist aber nichts dran, ne? ...Ist denn irgendwas vergessen? Wie sind die Alte im Moment... Wo ist denn die Alte überhaupt hin jetzt gerade? Die ist da weg? Ist sie weg? Ist sie weggelaufen? Ist die Fahrerin von dem Auto? Ich will gar nicht so wissen, wie sie die Meier an. Ach hier. Okay. Jo. So. Dann wirst du auf jeden Fall mal Fahre, Stoß, Fahren... Hattest du das Kleiderlicht? Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an ihren Standort. So. Die wird auf jeden Fall erst mal festgenommen. Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. So. Der darf gehen. Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Klar. Wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Aber man... Bitte begleiten Sie mich... Hier. Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Oh, ich warte mal. Ich hätte die alte vielleicht jetzt nochmal kurz den Bericht geben können. Nee. Warte mal. Ich kann ja trotzdem mal testen. Ähm. Warte mal. Ich gucke jetzt erstmal, dass die vielleicht... Vielleicht habe ich Glück, dass die jetzt nicht so ein... Ihre Schicht ist um, Officer. Ach, die wird festgenommen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ich habe noch nicht. Der Bericht ist vollständig. Perfekt. Drogen. Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Oh. Äh, das ist eine ganz andere Nummer jetzt gerade. Äh, Betäubungsmittel... Amphetamin. Ich muss Sie wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festnehmen. Bitte, gehen Sie auf den Bürgerstand. Bitte, tun Sie das nicht. Das ist jetzt eine andere Nummer gerade. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt Ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. So, jetzt kommt der Kollege. Wann mal, will ich ja den Bericht geben kurz zu stellen? Geht das doch? Nee, guck mal nicht. Okay, egal. Die hat er, glaube ich, jeden schon. So, jetzt hoffe ich, dass hier gerade kurz auf Platz gemacht wird. Der nimmt jetzt... Die nimmt jetzt hier die andere mit. Und wir machen zurück zur Wache. Und wir machen jetzt... Wo sind wir gerade? Hier, ne? Irgendwo, warte mal. Wo haben wir denn gerade... Hier sind wir gerade. Okay. Unsere Schicht ist ja jetzt mittlerweile um. Wenn jetzt nicht noch irgendwas Dramatisches passiert, sollte jetzt kein Problem sein. Ich glaube, wir können aber hier schon... rein, oder? Und dürfen wir nicht rein. Wir haben ja eigentlich den Shop dann noch nicht freigeschaltet. Doch, haben wir. Also, was heißt, wir haben aber... Wir haben uns. So, du hast das Ziel erreicht. Gerade wegen meiner... Schicht... Schichtbänden. Da ist es. Gott, dann sind wir durch für heute. Ich glaube, wir haben aber nichts richtiges getan. Wir haben, glaube ich, alles plus, ja. Naja, und die Einsätze minus 10. Alles klar. Irgendwas war. Jetzt haben wir den Namen gehabt. Jetzt haben wir den Namen gehabt. Ich habe den Namen bekommen. Du könntest Verbrechen zum Revier begleiten und ihre Verwahrung übergeben. Okay. Und Kelleyn freigeschaltet. Ja, weil wir den zweiten Stern haben mittlerweile. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was uns dann in Kelleyn erwartet. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.